auf zur zweiten Runde den letzten Schnee ausnutzen hier ich weiß nicht, aber das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus hier lang und dann schauen wir mal auf zumindest haben wir jetzt die Ski gewachst was macht sie los? mein Hase nicht mehr zu sehen mein Skihase nicht mehr zu brennen da müssen wir rechts fahren. hier wird das ja nicht. oder außenrum. ich denke mal hier oben geht's besser hier ist ein bisschen mehr Schnee ein bisschen mehr ein bisschen mehr ein bisschen mehr Musik 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 Ich glaube wir machen jetzt hier weiter Hier runter bis zu dem Häuschen Und da müsste dann ein Weg Ich glaube ich geht der hinten lang An diesen Dings da vorbei und dann müssen wir wieder am Auto an Also zum Wald Wollten wir Aber bringt nichts Ja Gerhard hat zu wenig Schnee hochgeschickt Genau Er wollte noch ein bisschen für sich behalten Dann hat er nicht alles abgegeben Musik 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 Auf der Wiese haben wir gelegen Auf der Wiese haben wir gelegen Für die Hase Aber Das schwächt da auch nicht Wie stehen wir eben dann? Haben wir gewachsen Guck mal rutscht da wie verrückt Die Hase Die Hase Die Hase Die Hase Die Hase Da Die Hase Die Hase Da Die Hase Auf der Wiese haben wir gewogen, das müssen wir wirklich gleich, auf der Wiese. Kommen wir da runter zu diesem Loch, das interessiert mich mal, was das ist. Kommen wir mal hier runter und dann hier wieder hoch. So. Das ist wie dieses Irgendwas Interessantes, das nicht zu sehen ist. Das schlängelt sich so lang und vielleicht grenzt der an diesen Canyon, wo ich schon mal durchgerendert bin. So. 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 Hier muss ich mal im Frühjahr hin. F-Wheeling los geht. Ist die Maschine noch da? Ja, also ist weg. F-Wheeling los geht. Musik Die Ski sind so glatt. Ich hab die gewacht. Oh, hier muss man aufpassen. Da oben, wo der Turm ist, da steht unser Auto. Da, wo der Turm ist. Musik Ja, wir müssen hier grobes Gelände durchschreiten. Da steht unser Auto. Aber hier kommen wir nicht rüber. So ist es. Hier kommst du nicht rüber. Hier kannst du abschneiden, kannst rüberlegen. Hier geht's jetzt hier an hier vorbei. Da müsste ich normalerweise den Weg lang gehen. Dann müssen wir abschneiden bis zur Wiese. Dann geht's wieder weiter. Und dann kommst du wieder auf die andere Wiese. Und dann machen wir Wiesenrennen hier. Auf der Wiese. Wiesen. Wiesen. Hier müssen wir abmachen, Carmen. Wir müssen da oben. Die Kante. Das hat keinen Sinn hier. Backcountry. Sag ich bloß. Bis zur letzten Flocke. Da ist eindeutig zu wenig Schnee hier. Bis zu wenigstens Nacht. Ja. Na ja. Da können wir auch nicht schneller. Das ist so. Hier. Hier. hier, hier, hier die müssen wir wieder voll wachsen hier kommt der andere von Salze dran guck doch mal an hier deine Ohren das geht so lange geholfen schmeiße hier deine Ohren wir müssen jetzt hier rüber quer rüber, weiß ich nicht hier geht so viel kann ich weiter und jetzt sind wir zu Fuß weiter hier 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 hier